Guten Tag, liebe Ratten und Irmahnen. Willkommen liebe Amaterinnen und Amatare, liebe Mitmenschen. Euch alle herzlich willkommen bei dieser Ausgabe von MLA. MLA, Bücher, Buch, Leser und A, Aktion. Na, doch und was ist das nun eigentlich, dieses MLA? Nun ja, vielleicht so etwas? Also, das ist doch bestimmt jetzt wieder so ein langweiliges Gelaber von einem mächtigeren Autor, der nur seine Bücher verscheuern will, korrekt? Ja, nein. Also, das Einzige, was ich am Kapitalismus liebe, ist seine Berechenbarkeit. Ansonsten würde ich sagen, er ist wirklich und einfach... Und darum gibt es auch die meisten meiner Bücher als kostenloses PDF und ihr findet die Links in der Griff-Info und so weiter. Nun, aber viel Vergnügen mit dieser Ausgabe von MLA. Nachher kommt noch ein Gewinnspiel. Er bleibt unbedingt allein im Gewinnspiel. Danke!